Wir haben den 25.08.2022. Jetzt sehe ich wieder mal den Film. Ich habe die letzten Tage nicht zu viel zu Hause gesehen. Heute habe ich ihn unterwegs gesehen. Und vorgestern auch. Eine Taube, zwei Taube. Hier ist sie. Sie ist gerade oben durch. Jetzt sieht man die Schwalbe. Hier oben sind sie. Jetzt ist der Phönix hinten runtergekommen. Vielleicht nochmal vorne. Hier sieht man die Schwalbe. Hier oben sind sie die Schwalbe, die ich ausmegebe. Hier oben sind sie. Hier oben sind sie. Hier oben schaut. Das ist eine große Herausforderung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020